Wie trainieren wir die WT-Khema Kampfgunst-Schule in Langerwehe? Wir trainieren jeden Mittwochabend ab 20 Uhr im Center of Fitness in Langerwehe im Gewerbegebiet. Ihr könnt einfach vorbeikommen, zuschauen oder auch gleich ein Probetraining absolvieren. Ich würde mich freuen, wenn wir euch von unserer Wing Chun und Eskrimer Kampfkunst überzeugen könnten. Bis dahin sage ich alles Gute, euer Sifu Guido Kemmerlin. Bis dahin sage ich alles Gute, euer Sifu Guido Kemmerlin. Bis dahin sage ich alles Gute, euer Sifu Guido Kemmerlin. Bis dahin sage ich alles Gute, euer Sifu Guido Kemmerlin. Vielen Dank.